Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No One Survived. So, ich würde sagen, meine Lieben, wir brechen auf in Richtung Dorf. Naja, Dorf. Ich will ein wenig lupen gehen, plündern gehen mit euch und dann kümmern wir uns um die Horde, weil Tag 6 ein bisschen Zeit haben wir noch, ein bisschen Zeit. Schade, dass es nicht schneller geht, höchste Geschwindigkeit haben wir da gerade. Naja, schauen wir mal. So, ich würde gerne mit euch in eine Gegend, in eine Gegend hier. Wir waren hier bei den Einfamilienhäusern, da so mittig. Dann waren wir, glaube ich, ein wenig in diesem ersten Hochhaus hier. Also nicht in dem kleinen Ding da. Da waren wir nicht so richtig drin. so, aber in dem ersten Ding. Aber da sind wir noch nicht hoch rauf. Wollen wir in das nochmal rauf gehen? Ach komm, wir gehen da nochmal rauf. So. Ist das Respawn beim Ein- und Ausloggen? Hm, ich kann es nicht sagen. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Ich habe auch überlegt, nach der ersten Horde werden wir uns um Technik kümmern. Also, dass wir da ein bisschen mehr im Technologiebaum wieder weitermachen. Ich höre draußen schon. Die angenehmen Nachbarn. Das klingt so, ich würde draußen wie rumlaufen. Hoffentlich hört uns da drin keiner. Wenn wir da herumkramen. So, ein wenig lupen kann auf gar keinen Fall schaden. Das ist ganz gut, wenn wir das machen. Einfache Teile finde ich wieder super. Manchmal hört man so Schritte nach, irgendwie. Echt nicht schlecht, Madeleine. Echt nicht schlecht. Der Loot ist super. Wie viele von diesen Kisten auch. So. Wir bringen das, was wir haben, mal raus in den Wagen. So. Vor allem diese Teile hier. Okay, jetzt wissen wir auch, Dietrich steckt auf... Da ist noch einer. Dietrich steckt auf 5. Ich packe da alles rein. Etwas übersteuert hier das Licht, aber ist okay. So, da waren wir drin. Da waren wir noch nicht drin. So, zumindest schauen wir mal, wie weit wir im Erdgeschoss mit Blündern und Luten kommen. Da habe ich was gehört jetzt. Das ist gut. Ist das random oder findet man bestimmte Dinge in bestimmten Kisten mehr oder weniger? Ich kann das vorerst sehr schwer nur einschätzen. Also ganz toll, was wir da alles finden. Ich bin überaus zufrieden. Wovor ich ein wenig Angst habe, ist natürlich die Hoarde. Aber mit dem Ding, die wir auch noch hinkriegen. Ist es zu hell? Also, wir haben es ja noch so eingestellt von Mächtens. Okay. Okay, wir gehen mal raus hier. Da ist er ja. So, dann zurück zu unserem Wagen. Was ich gerne machen würde, ich weiß, Tag 6, ich bin jetzt schon nervös. Aber ich würde gerne zu einem Händler. Mal schauen, wir von irgendwas haben wir ja ganz sicher am meisten. Und ich würde das schätzen, diese Werkzeugkisten werden das sein. So, ja, super. Wir gehen da auch runter. Haben wir da noch? Weil dann lassen wir die gleich so eingeräumt. Und das geben wir... Wow, was wir für einfache Teile da haben. Oh. So, Schulterleuchte, Schulterleuchte, Schulterleuchte. Ich hoffe, der Händler will das haben. Was ist mit Verbänden? Wie ein Händler Verbände haben? Wahrscheinlich nicht. 44er? 44er. Warum stackt das nicht? Das stackt. Okay. So. Okay, wir gehen ein bisschen runter mit der Bildschirmeinstellung. Ehrlichkeit hier. Bisschen so. Mein Tränen ist das alles okay, aber draußen. So. Dann auf zurück zur Base. Und dann schauen wir, was der nächste Händler ist. Dann haben wir heute noch ein wenig gelootet. Kann nicht schaden. Was wir jetzt nicht gefunden haben, ist Essen. Das heißt, wahrscheinlich essen eher in so Wohnhäusern, küchenmäßig und nicht in so Kartons. Es ist so schade, dass wir mit dem Ding nicht rennen können. Mit dem Bollerwagen. Aber dafür bietet er viel Platz. Das ist ja auch gut. Den Bollerwagen, so wie er ist, vielleicht noch eine Schulterleuchte dazu. Und hoffen, dass der Händler das haben will. Will es nicht haben, droppen was. Vielleicht. So. Und da unten am Strand hätte ich dann gesagt, machen wir unsere Order Base. Wir schauen mal. So. Ja. Die Treppe wäre da neben gewesen. So. Verbände, Verbände. Was ist das da alles rauf? Schlichte Erreger. So. Dann haben wir hier. Und hier. Und hier. So viele Verbände. Ich meine, die bringen Leben plus eins. Also ich... Naja. Vielleicht können wir die auch verkaufen. So. Dann schauen wir mal da nach vorne. Da wäre irgendwie Money. Money, Money, Money. So. Elektronische Teile. Money, Money. Money, Money, Money. Weiß ich nicht. Dietrich lassen wir auch da. Das wird so unser Einsatz Dingens. Nein. Das eben nicht. So. Wie war das mit... Ah ja, genau. So war das. So. So. Aufteilen. Drei lassen wir da. Zwei bringen wir rüber. So. Die Endsatztasche. Eine Schulterleuchte brauchen wir. Nein. Da war Platz im Wagen. Für... Ja, 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 ja. Für eine Schulterleuchte. Genau. Hier. Und das versuchen wir, dass wir verkaufen. Das dachte ich, da geht wer. Hier. So. Dann haben wir hier in dem Teil Bücher haben wir diesmal keine gefunden. In dem Teil Teile. So. Teile, Teile, Teile. Stoffe haben wir auch. Wunderbar. Und ein herrliches Nähset. Das ist natürlich auch der Burner. So. Jetzt schauen wir mal, wo ist der nächste Trader und wo sind wir? Hier. Das ist ein Händler. Ist das der nächste? Dann würde ich tatsächlich zu dem oder zu dem. Eigentlich ist es egal. Ansprechen würde mich eher der hier. Wir fahren zu dem. So. Wir haben dabei nichts. Vielleicht sollten wir noch von denen hier. Und drei Nähsets. Und die versuchen wir ihm auch anzudrehen. So. Na dann. Machen wir mal. So. Die Richtung müsste passen, oder? Aber der halt wesentlich näher wäre. Wir nehmen den. Der ist näher. Meine Lieben. So. Ich würde mal sagen. Wobei. Die erste Reise machen wir gemeinsam. Gehört zum Gameplay ja dazu. Ich meine. Ihr wisst es ja. Wie es aussieht. Wie es ist. Man kann nicht schneller laufen. Als. Äh. Ja. Ist halt so. Ich würde mich echt freuen. Wenn wir respawnen kommen. Das wäre schön. Ich sehe gerade. Wir haben auch keine Werkzeuge dabei. Sonst könnte man dann unterwegs noch Bäume einfüllen. In den Bollerwagen. Sonst sind wir noch an. Oh. Eigentlich ja. Sagen wir. Ist da links vorne eine Höhle? Ja. Jetzt ist der Baum davor aufgeploppt. Das sieht ein bisschen wie eine Höhle. Oh. Da müssen wir rein. Das ist eine Höhle. Ja. So. Wieso ist das so abgezäunt hier? Gehört das so? Muss das denn so? Da kann man sicher mit dem Bollerwagen nicht drüber. Moment. Okay. Wir müssen eh noch ein bisschen entlang von dem Ding. Da oben eine schöne Hütte. Würde ich dann auch gerne rein. Ach schön. Ein kleiner Ausflug. Wir könnten auch mal probieren. Weil wir haben ja gejagt. Wir haben ja schon einmal einen Hörarsch erschossen. Das Problem mit dem Hörarsch. Sagt man, nimmt dieser Zaun überhaupt kein Ende? Wie soll man da mit dem Bollerwagen durchkommen? Hm. Wir werden einen Weg finden. Ja. Hätte ich ein bisschen mehr. Oder hätte ich es damals gewusst. Hätte ich darauf geachtet. Weil da sind so viele Äste. Sammle die mal ein. Schaden kann es ja nicht, Äste zu haben. Daher. Das werde ich schon haben. Was haben wir denn? Ach, Proteine. Okay. Oder hätte ich jetzt echt nicht essen sollen? Ich bin so gespannt auf den Händler. Sofern wir da jemals über den Zaun kommen. Ja, wenn nicht, dann müssen wir den Bollerwagen draußen stehen lassen. Was aber echt blöd wäre. Oh, da hört der Zaun auf. Yeah. Okay. So. Moment, kurzer Blick auf die Map. Genau vor uns. Also diese Richtung halten. Tatsächlich. Soll ich das echt so sein? Ich würde gerne zu diesen Hütten da oben. Ja, schauen wir mal. Aber wir müssen die Helligkeit etwas runterdrehen, oder? So extrem. Vollerwagen. Äh. So. Vollerwagen. Da waren wir. Ich nehme an, das ist bereits der Wagen des Traders. Der Traderwagen. Der Traderwagen. So. Dann schauen wir mal, was der Trader zu uns sagt. Hallo. Hallo. Oh, hat sogar eine Maske? Vorbildlich. So. Äh. Ich möchte Fähigkeiten. Ich habe Sachen. Ich habe Sachen. Äh. Beziehungswachstum. Okay. Ist das gut? Ich will die eh nicht. 26. Super. Was kriege ich für einen Verband? Nix. Kann sie trotzdem haben. So. Hergeben. Super. So. Dialog. Ich will einen Deal. Oh, ich kriege diese Bücher. Das ist ja cool. Okay. Ah. Eins wollte ich noch wissen. Diese Näh-Sets. Ich habe gute Sachen. Ja. Das gute Zeug habe ich für dich. Cool. Wollte ich nicht. So. Hergeben. Yeah. So. Ich will Fähigkeiten. Ich will lernen Medizin. Ich will lernen Waffenherstellung. Moment. Moment. So. Medizin. Aha. Waffenherstellung. Machen wir das mal mit Waffenherstellung. So. Dialog. Ich möchte eine Fähigkeit. Ich will Waffenherstellung. Ah. Dafür die Beziehung. Und jetzt? Okay. Machen wir das nochmal. So. Ich möchte eine Fähigkeit. Ich möchte lernen Waffenherstellung. Dankeschön. Ups. Hier. Waffenherstellung. Oh. Fast voll. Oh. Fast voll. Ist das toll. So. Das packe ich mal rüber. Das packe ich mal rüber. Machen wir noch was. Ja. Das packe ich da auch rüber. Das kannst du alles haben. Ja. Das. Musst du dir vorstellen. Sehen kannst du das hier nicht. So. Wahnsinn. Oder? Junge Dame. Pass auf. Ähm. Ich will einen Deal. Womit will ich einen Deal? Was haben wir da alles? Meister der Waffen. Okay. Metallurgie Band 5. Schneiderei. Meister der Waffen. Zucht. Elektro. Jetzt müsste ich wissen, welche Bücher wir zu Hause haben. Zucht und Landwirtschaft. Das hätte ich echt gern. Was haben wir denn da bei Zucht und Landwirtschaft? Landwirtschaft. Nix. Okay. Wir teilen Landwirtschaft. Ups. Moment. Ähm. Ich will einen Deal. Zucht und Landwirtschaft. Passt. Aha. Das will ich haben. Wir brauchen 49,66. Okay. Finde ich cool. Endlich mal ohne Geld irgendwas. Was wollen wir denn noch? Zucht und Landwirtschaft 1. Oh, das ist ja. So. Dann lassen wir da. 19. Schneiderei Band 3. Medizin Band 3. Zucht. Kochen. Ingenieurwissenschaften. Elektro-Technik 4. Meister der Waffen. Schneiderei. Ich glaube, das müssen wir uns dann alles mal zu Gemüter führen. So, wir nehmen das mal raus. Wir nehmen das mal raus. Wir nehmen das mal raus. Weil das eine Buch kriegen wir relativ geschenkt. 25. Reicht das nicht? Okay. 19. Pass auf. Du kriegst auch einmal das da. Bam. So. Wir haben ein Buch. Yeah. So. Ich will was lernen von dir. Waffenerstellung. Ach so. Beziehung 2. Okay. So. Das hätte ich gerne voll gemacht hier. Medizin vielleicht auch. Pass auf. Du bekommst jetzt da gute, gute Sachen. So. Du bekommst das. Du bekommst das. Und das. Und das. Ich schmeiß dich zu mit Zeug. So. Ja. Sieh dir das an. Haben wir immer dasselbe? Hm. Keine Weißes. Und ich hätte gerne von dir gelernt. Einmal die Waffen. Yeah. Dann hätte ich gerne von dir gelernt. Medizin. Und jetzt werden wir es gleich wissen. Wollt. Medizin. Ja. Fast voll. Waffen sind wir schon auf 1. Yeah. So. Ich möchte von dir lernen. Medizin. Ich möchte von dir lernen. Medizin. Und ich möchte von dir lernen. Medizin 20 haben wir noch. Oh. Jetzt geht nur noch. Ah. Oh. So funktioniert das. Ist das cool. So. Ich habe das noch. Ich habe das noch. Und das noch. Und das noch. Nimm das mal. So. 46 Hammer. Das heißt Fähigkeiten lernen. Wir können Medizin einmal. Oder. Waffenherstellung. Ich möchte. Medizin möchte ich eigentlich lieber lernen. Oh. Super. Und jetzt. Wahnsinn. Oder Waffenherstellung. Gepusht Medizin. Bis da her. Das ist natürlich. Das ist super. So. Das lassen wir da. Die 2 tauschen wir auch noch ein. So. Ich möchte einen Deal machen. Und zwar hätte ich. Okay. Da hängen unsere Sachen drin. Ich darf dir mal dein Inventar sortieren. Junge Dame. So. Waffen 4. Metallurgie 5. Schneiderei 2. Weißt du. Da Waffen 1 brauchen wir nicht mehr. Zucht und Land. Weltwirtschaft. 29. Was ist. Du kriegst das. Was ist. Du kriegst. Das hier. Okay. Ja. Dafür gibst du nichts. Na ja. Fast nichts. Behalts trotzdem. Was ist. Wenn wir davon. Die 2 hergeben. Okay. Nein. Das hier. Natürlich. Überhalte ich mir lieber noch. So. Energierige. Überhalte ich mir auch. Kriegst du nicht. Machst du mir eine Pfeile. Nö. Kein Interesse an meinen Pfeilen. Dabei sind das super Pfeile. Hm. Da brauchen wir. Na ja. Ein bisschen. Lass mir deine Bogen. Das alte Messer. Wollen wir uns nicht zahlen. Auch noch. Wenn ich dir das gebe. Hm. Unmöglich. Gut. Abbrechen. Pass auf. Junge Dame. Ich schenke dir was. Also schenken. Aber du kannst das haben. Du kannst das haben. hergeben. Bam. So. Wir haben Beziehung 19. Das ist super die Beziehung. Lassen wir mal so stehen wie sie ist. Was haben wir dann noch drinnen? Das ist gut. Das heben wir auf. Habe ich das vergessen? So. 26. Wo war das? Zucht und Landwirtschaft. Ah. Okay. Dann muss ich das wirklich enttauschen. Hm. Okay. Tschüss. Super. Wir haben da drinnen einmal das Buch. Das kann ich jetzt total super verwenden. Will ich aber gar nicht. So. Opfer. Das hier. Das hier. Das hier. Das finde ich schöner, wenn es so aufgestellt ist. So. Und jetzt? Bam. Wo war das Häuschen? Beim Trader. Das erste Mal ein Trader. Ich freue mich. Sehr schön. So. Meine Lieben. Alles weitere in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schuss.